Da, Filme sind sehr wichtig. Ohne Filme geht nix. Da, geht dabei mit Selena Gomez. Wenn du keine Filme hast, bist du ein Lusche. Da, Silent Hill. Der Film ist cool. Und der Film. Und der da auch. Der Film da auch. Ihr wisst doch gar nicht, wie cool Filme sammeln ist. Das da, das da neben mir ist das einzige, was richtig zählt im Leben. Ich seh mir die DVDs nicht an, ich kaufe sie nur. Und jetzt zeige ich euch meine Lieblingsbeschäftigung. Ich streichel mit dem Gesicht da drüber. Das tut gut. Und ich seh mir die DVDs auch an. Ganz genau. Und manchmal seh ich mir auch einen Film an. Diesen hier zum Beispiel. Das hat aber mit DVD angucken nix zu tun. Oh, ist das ein cooler Film. Da will ich gar nicht viel sehen.